...vor diese verdammte Tür auf! Raid, sie ist weg! Komm, hilf her, dann kommen wir alle hier raus! Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf her mit Sam, dann helf ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Menschen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst Fechten üben, wenn wir wieder draußen sind. Nate, halt die Klappe! Im Ernst, Drake, das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rupal-Kali-Wüste. Verflut! Komm schon, wir können zusammen hier raus! Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado! Komm schon, Raid! Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende! Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Raid, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden und das lasse ich mir nicht von... Zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Pedder. So ist richtig. Kannst du... So ist das, Nate? So ist das, Nate? So ist das, Nate? So ist das. 2 2 2 2 3 3 4 4 5 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 6 9 5 5 5 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 13 12 13 14 15 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 16 15 15 Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschehen. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert. Alles! Bis auf! Da! Das habe ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rave? Er gehört dir. Heilige Scheiße.